Elektronikerin Mein Name ist Sabrina, ich mache meine Ausbildung als Elektronikerin bei Metal Toledo. Als Elektroniker beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Sachen, von kleinen Bauteilen, zu grossen, von mechanischen, zu elektronischen und von Handarbeit zu Büroarbeit. Einen Moment. Ahoy Brian. Hi Sabrina. Ah, mein Name ist Brian und bei Sabrina mache ich meine Ausbildung als Elektroniker bei Metal Toledo. Sabrina, kannst du mir vielleicht das Schema schicken? Bitte. Klar, ich schicke es dir gerade. Zu unserem Beruf gehört Schemas zeichnen und Layout erstellen. Bevor wir den Print bestellen, simulieren wir die Schaltung und bauen sie auf. Jetzt können wir endlich den Print und die Bauteile bestellen. Hallo Brian. Hallo Sander. Ich habe zwei Pakti für dich. Danke. Jetzt fehlt noch ein Widerstand. Stopp! Erster Schutz. Schutzbrille. Damit wir den Print an den Computer anschliessen können, mache ich jetzt noch eine Verbindung. Jetzt können wir mit dem Programmieren anfangen. Das ist ja gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Damit es andere Personen nachbauen können, müssen wir es protokollieren und dokumentieren. Das machen wir parallel vom Produktionsablauf. Jetzt ist das Projekt fertig. Bis zum nächsten Mal kann kommen. Wir starten auf YouTube hier. Komm begin yours at Netler Toledo.